Und Elena Kvorowa, das sind natürlich Aspiranten auch für das Siegerpodest, also das Finale der Westensechsbahre zu erreichen, ist ein absolutes Muss für die beiden. Weiter geht's in der Lateinsektion mit dem einzig nicht südamerikanischen Tanz unter den lateinamerikanischen, dem Paso Doble, der hat seine Wurzeln, nämlich, wie unschwer zu erkennen ist, in Spanien. Hier wieder mit den Weltmeister, mit Brian Watson und Carmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020